Hallo ihr Lieben! Sie macht ja freiwillig auch, ne? Ich sehe überall. Ziemlich große Warnschilder, wenn ich sowas sehe. Als erstes wasche ich meine Haare. Einmal mit dem Kaku Shampoo. Die meisten Influencer, denen ich folge, verdienen mit ihrem Job richtig gutes Geld. Es gibt ja aber auch Kinderinfluencer. Und ich frage mich, wenn die das machen, ist das dann gleich Kinderarbeit? Und wenn ja, wie ist da eigentlich die gesetzliche Regelung? Und später spreche ich noch mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und will herausfinden, ob das wirklich nur ein Hobby ist. Irgendwo müsste das jetzt sein. Hallo, hi! Ich bin Svenja, wir haben telefoniert, ne? Ja, genau. Hi, freut mich. Freut mich, dich kennenzulernen. Luisa, ne? Ja. Ja, sehr schön. Hi, Svenja, freut mich. Wo dreht ihr denn eure Videos? Wird das hier gemacht oder habt ihr einen extra Raum? Ne, meistens im Bund. Ihr macht das hier? Echt? Ja. Ah. Und jetzt müssen wir noch unsere Teile holen. Kann ich mitkommen? Ja. Mal gucken? Einmal hier das hier ausgesucht. Ja. Und dann soll ich das halt anders beschreiben? Und hier das. Okay. Die nimmst du jetzt mit? Ja. Na gut. Hallo, ihr Lieben. Und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute drehen wir das Video. Wer lügt am besten? Das klingt aber schon richtig Profimäßig. Ja, wir machen das ja auch schon über drei Jahre. Also insofern, die beiden sind es besonders schon gewöhnt vor der Kamera zu stehen. Welche Puppe hast du da? Ähm, eine Barbie-Puppe. Okay. Und die hat pinken Lidschatten und hat pink-weiß gestreifte Hochschuhe. Ich glaube, du mögst es. Ja, ist richtig normal. Okay. Luisa filmt jetzt noch ein weiteres Video, wo sie Garde tanzt. Deswegen hat sie sich jetzt noch umbezogen. Du hast ja ein komplettes Outfit. Mhm. Hast du denn dann noch Zeit, zum Tanztraining zu gehen und Hausaufgaben zu machen und so? Ja, hab ich auf jeden Fall Zeit. Ich verabrede mich auch manchmal mit meinen Freundinnen und ja, ich hab halt Garde und dann hab ich noch zweimal die Woche Akrobatik. Und dann noch Videos drehen. Ja. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute tanze ich Garde. Vollprofi. Na gut. Wusstest du, dass man mit dem Job als Influencer ganz, ganz viel Geld hat? Also wenn du jetzt älter wirst und das immer noch weitermachst und immer mehr Abonnenten hast, dass du damit richtig viel Geld verdienen kannst? Ja, das wusste ich. Aber ich mag schon gerne Lehrerin werden. So YouTube. Ich weiß nicht so ganz, ob ich das noch weiter machen würde. Was ist denn, wenn du mal keine Lust hast, ein Video zu drehen? Meistens machen die mir schon Spaß. Das kommt sehr, 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 sehr selten vor. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Mir hat es mal wieder riesigen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet und unten den Kanal abonniert. Das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss! Findet ihr das ist Kinderarbeit, was ihr macht? Sie arbeitet ja nicht. Es ist ja die zehn Minuten da, eine Viertelstunde. Sie macht es ja auch freiwillig. Arbeitet ihr denn mit dem Jugendamt oder dem Gewerbeamt zusammen? Habt ihr euch da mal informiert oder so? Wir hatten uns da mal informiert, aber die haben gesagt, wir müssten das nicht. Wir müssen jetzt da keine Nachweise bringen oder so. Also es gibt ja ganz viele Leute, die explizit versuchen, ihre Kinder ja vor dem Internet zu schützen. Oder auch, dass sie gesehen werden. Wie siehst du das? Also ich habe damit kein Problem mit Luisa, weil sie mit mir machen ja nichts Schlimmes oder sie präsentiert sich doch nicht was weiß ich wie. Von daher finde ich das jetzt nicht schlimm. Draußen sieht auch jeder mein Kind, kann auch jeder filmen, würde ich dann noch nicht mitbekommen. Von daher. Ja, also. Vielen wird ja vorgehalten, dass sie nur mit ihrem Kind quasi Geld verdienen wollen. Wie ist das bei euch? Verdient ihr damit überhaupt Geld mit den Videos? Ja, wir verdienen schon Geld mit den Videos, ja. Aber mein Mann geht ja auch noch arbeiten. Also wir brauchen das Geld jetzt nicht, dass wir das jetzt machen müssten, sage ich jetzt mal. Darf ich fragen, wie viel Geld man da verdient? Oh, darüber möchte ich nicht sprechen. Okay. Und legt ihr davon dem Geld auch was zurück vielleicht für Luisa später? Oder was macht ihr damit? Klar, Luisa hat ja auch ihre Vorteile. Zum Beispiel, wenn wir ein Video drehen, Luisa darf für so und so viel Euro einkaufen, dann profitiert sie ja auch immer davon, weil sie kann sich ja dann das aussuchen, was sie möchte. Es gibt ja auch Kinder, die sagen dann, du bekommst immer so viel. Und sie sagt aber auch dann ganz bewusst, das ist aber nur, weil wir YouTube machen, sonst würde ich das auch nicht bekommen. Ich frage mich trotzdem, ob es dafür nicht gesetzliche Regelungen geben sollte. Wenn man dann, ich sage mal, ein Gesetz macht, dann schränkt man glaube ich alle ein, auch die, die es gut meinen. Und ich finde, Gesetze, da gibt es Gewinner und Verlierer, okay, aber es wird immer viel zu viel über einen Kamm geschert und dann gesagt, ihr kommt damit rein, fertig. Es kann ja keiner kontrollieren, ob ihr das jetzt gut meint oder ob ihr es nicht gut meint. Und auch wenn ihr es gut meint, das weiß ja nach außen, keine andere meint es vielleicht nicht gut. Aber die jetzt einmal in der Woche oder von mir aus auch zweimal in der Woche eins rausbringen, wenn es nicht gerade eine Stunde ist, die die Leute drehen, denke ich mal, die dann mit ins Wohl zu holen, fände ich ungerecht. Gibt es denn einen Grund für euch auch irgendwie aufzuhören damit? Nee, ich könnte auch gar nicht mehr aufhören, da ist ich mich auch so dran gewöhnt. Und weil es halt auch, also ich finde es halt auch toll, weil man auch, sage ich mal, viel mit den Leuten kommunizieren kann und das ist halt einfach toll. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich euch besuchen konnte. Schönen Abend euch noch. Tschüss. Ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich denken soll. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Eltern sehr liebevoll mit Luisa sind und man sieht ja auch, dass sie totalen Spaß daran hat. Aber was den zeitlichen Aufwand betrifft, habe ich den Eindruck, dass sie nicht so realistisch sind, weil sie sagen, es sind nur zehn Minuten Aufwand die Woche. Aber ich weiß ja selber aus eigener Erfahrung mit Dreharbeiten, dass man manche Sachen nochmal machen muss und so. Da kommt dann doch mehr Aufwand dazu. Und als die Kamera aus war, hat Luisas Mama mir auch noch gesagt, dass sie ja täglich einen Instagram-Kanal noch bespielen. Das kommt ja dann auch nochmal on top. Also ob das jetzt Kinderarbeit ist, das kann ich nicht einschätzen. Und auch wie es mit der Belastung ist, ist für mich schwer zu fassen. Aber deshalb treffe ich jetzt Luise Mehrganz. Sie arbeitet beim Deutschen Kinderhilfswerk und beschäftigt sich schon länger mit diesen Themen. Und vielleicht kann sie mir eine Antwort darauf geben. Und damit versuche ich dann auch nachher nochmal Luisas Mama zu konfrontieren. Hi. Hi. Luise Mehrganz? Richtig. Hi, ich bin Svenja. Freut mich. Willkommen. Danke. Ja, wir waren ja gestern bei Luisas Familienkanal drehen. Ja. Das war sehr spannend. Das glaube ich. Also ich war danach so ein bisschen ratlos oder bin es immer noch. Ja. Aber ich zeig dir jetzt nochmal kurz was davon. Der wird betrieben von der Mama und der Tochter. Sie machen ganz oft so How-To-Videos, Tutorials, Challenges. Und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Wie alt ist sie, Usa? Schön, dass ihr es wieder eingeschaltet habt. Moin. Mhm. Die Kleine ist schon süß. Und ich hatte auch gestern den Eindruck, dass sie daran Spaß hat. Bestimmt. Aber was sagst du dazu, wenn du das Video jetzt so siehst? Ähm, ich habe nicht so richtig Spaß dran. Es ist halt kein Einzelfall. Ich gucke mir viele solche Videos an. Ich gucke mir viele Videos an, wo die Kinder deutlich jünger sind. Wo sie ein bisschen älter sind. Und ich arbeite halt für eine Kinderrechtsorganisation. Und sehe überall ziemlich große Warnschilder, wenn ich sowas sehe. Was sagst du zu so einem Dreh mit einem Kind, also mit einem neunjährigen Kind? Das Allerwichtigste ist, macht das Kind das freiwillig. Das erscheint mir fast so. Ich bin skeptisch, weil es erstens eine Plattform ist hier bei YouTube, wo wir in der Regel weniger Kontrollmechanismen haben. Als würde sie zum Beispiel im Fernsehen eine Sendung haben. Und ich bin auch skeptisch, weil sie Werbung macht. Das heißt für mich, dass sie einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht. Und das ist Arbeit. Und Kinderarbeit ist in Deutschland verboten. Also ganz oft ist die Mutter mit dabei. Gestern auch. Die nehmen das dann zusammen auf. Der Vater filmt. Und die beiden sind vor der Kamera. Ein richtiges Familienunternehmen würde ich sagen. Also ich muss sagen, ich hatte gestern schon den Eindruck, dass die sehr liebevoll einfach sind mit ihrer Tochter und auch irgendwie gutmütig. Aber was motiviert denn Eltern dazu, ihre Kinder in so eine Schiene zu pushen? Ich glaube, da spielt ganz viel Unwissenheit mit rein. Da spielt vielleicht auch die Freude da rein, irgendwie zusammen mit dem Kind was zu machen, als Familie was zusammen zu machen. Problematisch wird es halt, wenn der eigene Rückzugsort, das Kinderzimmer, das eigene Zuhause und mein Alltag eigentlich der Drehort sind und der Arbeitsort. Wo habe ich dann eigentlich noch Ruhe? Problematisch wird es, wenn meine Eltern, die mir vielleicht Halt geben sollen, die meine Ansprechpartner sein sollen, wenn es mir da nicht so gut geht, wenn die meine Arbeitgeber sind. So habe ich das noch nicht gesehen. Kinderzimmer gleich Arbeitszimmer. Was für Regelungen gibt es denn aktuell für Kinderinfluencer? Wir haben eine Menge Gesetze und Regelungen in Deutschland. Die sind schon älter als das Internet. Und trotzdem gelten sie aber auch fürs Internet. Man muss sie nur neu interpretieren. Aber Luisas Vater hat uns gestern gesagt, dass die beim Gewerbeamt auch waren und nachgefragt haben und gesagt, wir machen das und das. Und die haben gesagt, nö, das müssen sie nicht anmelden. Für mich ist ganz klar in der Verantwortung das Gewerbeaufsichtsamt beziehungsweise die Gewerbeaufsichtsämter, die da jeweils für zuständig sind. Aber ja, ich habe auch mal bei einigen angerufen. Die lehnen die Verantwortung völlig ab. Und wenn ich mir angucke, wer da sitzt in den Gewerbeaufsichtsämtern, ich würde sagen, die sind total im Tiefschlaf. Und es ist eher ein Publikum dort, was, glaube ich, einfach nicht den ganzen Tag auf YouTube unterwegs ist und einfach keine Vorstellung hat, was da eigentlich gerade an ihnen vorbei passiert. Was müsste jetzt getan werden, schnellstmöglich? Für mich ist schnellstmöglich Aufklärung, ganz klar, und parallel Umsetzung der bestehenden Gesetze. Was bedeutet das eigentlich, wenn da 500.000 Leute sehen, wie ein Kind sich die Zähne putzt? Okay. Das war auf jeden Fall sehr aufstoßreich. Dankeschön. Mach's gut. Schönen Tag noch. Danke. Also, nach dem Gespräch gerade bin ich mir ganz sicher, dass das, was in den Kinderzimmern passiert, definitiv Kinderarbeit ist. Es gibt zwar Gesetze dafür in Deutschland, aber diese Arbeit von Kindern im Internet und auf YouTube ist so neu, dass die Gesetze einfach nicht up-to-date sind und die ganzen Gewerbeaufsichtsämter haben das einfach nicht auf dem Schirm und fühlen sich dafür auch nicht zuständig und werden darauf auch nicht aufmerksam. Und da ist diese Lücke. Und, also, ich glaube einfach auf ganz vielen Ebenen herrscht Unwissenheit. Bei den Eltern, bei den Kindern, bei den Ämtern. Ja, und das andere ist, ich wollte ja eigentlich Luisas Mama mit dem konfrontieren, was Frau Mergans mir gerade gesagt hat, aber sie will leider nicht mehr mit mir telefonieren, hat sie mir geschrieben. Sie sind nämlich wohl bald Teil eines Netzwerks und das Netzwerk hat ihnen davon abgeraten, mit mir zu sprechen. Das ist sehr schade. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne ein Abo da. Und wenn ihr noch eine Empfehlung haben wollt, klickt mal hier drauf. Hier hat Mirko von MrWissen2go nämlich auch ein Video über Kinderinfluencer gemacht und herausgefunden, wie viele private Informationen über die Kinder eigentlich in diesen Videos stecken.